Aha! Ich komm zu spät zu allem! Oh Gott, mal gucken, ob ich das Feld noch von hinten aufräumen kann. Puh. Hüpfen. Schießen. Oh, das ist aber viel angenehmer mit dem Gamepad, ey. Zehnmal angenehmer. Ich komme! Okay. Oh Gott! Ich hab's verkackt. Oh, nochmal drei Pilze, ey. Und da vorne fliegt schon ein blauer. Oh Gott, wo ist Husten? Oh nein! Alter, warst du das? Nee. Da kann so ein dicker roter Kuber... Ich bin Zehnter oder so. Ist es eigentlich gut, sich zu drehen an diesem Ding, das in der Mitte fährt, oder ist das schlecht? An was sich zu drehen? Ja, das ist doch in der Mitte so ein Wischding, wo du dich dann drehst mit deinem Kart. So, einmal so in der Kreis, so wiii. Oh, keine Ahnung. Ach, scheiße! Oh Gott, mega verkackt, Mann! Gut, Ende. Puh. Platz vier, Platz vier, Platz vier? Oh. Alter, was hat euch da so geblockt? Also hier ist nur Platz fünf, ey. Das ist unbedingt ein gutes Item. Irgendwas schnelles. Na ja. Toll. Oh, oh, ich hab mich frustriert. Aua! Ich hab irgendwas am Hals. Okay. Schieß. Triff, 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 triff! Oh, der wird sich so aufregen, der wird sich so aufregen! Die wurden beide mit roten Koopern auf der Ziellinie vergewaltigt! Der Franzose trägt der Mario. Er ist nur Fünfter geworden und der Zweiter. Ich hab ihm voll den roten Koopern gegeben. Nice. Also ich, Mario Kart schon was hochgeladen im... Äh, ja, unseren Streamer hab ich zum Beispiel hochgeladen, ja. Oh, die Wario-Abfahrt ist cool. Ja, ich mag die eigentlich auch. Die ist nämlich gar nicht rundfahrt, sondern die geht... Das sind drei Ziele hintereinander, so gesehen. Ja, die ist auch nicht schlecht. Also, die ist cool. Oh, die nehmen auch was alle. Na gut, fast, mal gucken. Da wollte ich mal sowas anderes mit... ...dem ganzen... Und? Ja, ja, ja. Da ist es. Nice. Hessen. Yorkshire and the Humber. Neu-Süd-Wales. Australien, Alter, was soll's der für einen Mongo-Ping haben? Ich hab regional ausgewählt, ja. Voll regional Australien. Geht ab. Ich dachte erst Austria, aber nee, es ist wirklich Australien. Jetzt Gas. Oh Gott, ich bin erster. Ich krieg alles gleich in den Arsch. Okay, Metal Mario ist vor mir. Oh, ich bin... ...kacke abgekürzt. Hm, ne. Ich hab ganz... Ich bin drei... ...mit drei roten Pilzen bin ich Zweiter geworden. Ja, aber nur am Anfang... ...und... ...ganz, ganz am Anfang erster zu sein, ist nicht gut. Weil du ganz am Anfang richtig viel in den Arsch bekommst. Es war alle Items so gekommen. Und das... ...prasselt höchstens wahrscheinlich alles auf die einen. So, jetzt bin ich erster. Jetzt... ...ist das eher gut. Oh, der kann mal runterhüpfen. Der eine ist da runtergehüpft von dem einen bei der Kluge. Ja, ich hab's gesehen. Ich weiß noch nicht, wo der... ...wo das genau war. Oh Gott, irgendwas fliegt da schon wieder hinter mir. Oh, ich hab viel zu viel eingelenkt. Oh Gott, nein, nein, nein. Da, Cooper. Oh Gott. Ja, irgendwas Rotes geflogen. Da müssen wir springen. Da müssen wir springen. Ich krieg den Vario sonst noch. Oh, das war klar. Oh, ne Feuerblume. Oh, nein. Nein, oh Mann. Rann. Gewischt? Ja. Was? Nein, nein, ich hab mich selbst dauerstellt. Wow, da kommt der blaue Cooper. Oh Gott. Ich bin hinter dir. Irgendwas juckt mich an der Nase. Ich muss warten, dass ich im Ziel bin. Oh Gott. Bau. Huh, knapp. Die Strecke ist so genial, geile. Oh Gott. Wieso treffe ich die nicht? Die sind irgendwie zu tief. Doch jetzt. Na, ich mag die Strecke auch. Hab ich mir da dann hier vorbeigegangen, ne? Alter, hab ich ja einen Dürf richtig versaut, ja. Weil mich ein grüner Cooper das servischt hat. Alter, dieser scheiß Bumerang trifft nicht. Oh, da ist noch ein Bumerang von irgendjemandem. Ist das einer? Oh Gott, da kommt irgendwas von hinten. Nein. Boah, ich hab mir einen Bumerang abgeworfen. In der letzten Sekunde. Alter, Mario. Mario, verzieh dich. Gott. Jetzt. Nein. Nein. Oh, was für Gedränge. Die Panda, die drängen mich ab. Dein hat mich voll abgedrängt. Ja gut, dann. Ja, oh, 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 der. Ja, ich bin Leute. Dieser Metal Mario, der hat mich abgedrängt. Da haben mich nochmal zwei am Ende überholt. Alter, keine Ahnung. Ja, ich war richtig gut. Dann kam ein gründer Cooper Game vorbei. Es geht schnell. Es geht schnell. Es geht schnell. Ich bin im Ranking, glaube ich, gefallen. Oh, Mann, da. Tick-Tack-Traum. Oh, Tick-Tack ist aber auch heftig, ey. Kannst du richtig verkacken. Mal gucken. Das war nicht fair. Mein Lieblingsspruch, ja. Etwas Nachsicht, bitte. Das ist mein letztes Spiel. Kann man noch mehr sagen? Naja, man kann noch weiter rechts. Ja, nach rechts kannst du noch, äh... Ein erstes Mal gewinne ich. Pling. Oh Gott, was kommt jetzt? Oh, Shy Guy. Ah, okay. Die ist ganz in Ordnung. Ja, es gibt eigentlich wenig mehr, was ich sage. Die ist wirklich schlimm. Gut, ne? Ja, immer noch nicht. Jetzt. Äh... Jetzt. Go. Alter. Oh Gott. Wow. Hast du meinen grünen Cooper gesehen? Ja, der ist... Oh nein. Der hat eine Banane hinter sich. Und ich bin ganz hinter ihm gefahren. Oh Gott. Oh, ich habe nicht einen bekommen. Schlecht. Jetzt. Und der... Oh Gott, nein, ein roter... Oh Gott, sind wirklich mich... Oh Gott, ich bin einfach... Ich dachte, das wäre eine Münze. Hast du gerade drei Münzen verloren? Ja. Ich habe... Aufgesammelt und sie danach auch wieder verloren. Ich habe nur was Gelbes im Wasser gesehen. Ja, weil ich nicht aufgepasst habe. Und dachte, das wäre eine Münze. Aber natürlich hast du eine Banane. Weil der eine ist gerade runtergeputzelt. Der Wario? Ja. Oh, ich bin auf dem Gras gelandet. Ja, und jetzt kriege ich Grünkuh. Wieso treffen mich immer die Grünen, ey? Die schießen irgendwie aus zwei Zentimetern Entfernung ab und ich Bruder-Prozent-Titel. Nein! Oh, fuck! Falte-Taste! Ich wollte das Ding dann noch werfen. Alter! Auf einmal kommen sie alle von hinten, ne? Oh Gott, jetzt glaube ich, sehe ich gleich nichts mehr! Alter, der Shy Guy. Ja, den Mario ganz vorne auf 1, den kriegst du nicht mehr. Hat sich, glaube ich, so einen Vorsprung vorgefahren, wenn da nicht irgendwie ein paar blaue Koopa fliegen. Oh Gott, da kommt blauer Koopa. Warte, mein Grüne hat auch nochmal getroffen. Okay, jetzt habe ich einen Roten. Ich sehe nichts mehr. Vielleicht würde er sich aufregen. Oh Gott, nein! Mann, dieser Rote! Irgendwas schieße ich da. Kann sein, dass ich dir jetzt einen Roten hinterrenke. Ja, ich glaube einfach... Irgendjemand hat was in der Luft gefressen. Ja, der ist runtergefallen. Das ist ja mein Roter. In der letzten Runde habe ich wieder voll die Schelle kassiert, jetzt. Fahr, 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 fahr! Und hier bin ich doch vorbeigegangen! Ausgerutscht, ey. Wuh! Ich hatte auch drei Pilze zum Ende. Ja, komm, glaube ich noch. So ein Scheiß, ey. Wurde es doch Kass noch kassiert? Ne, ich bin einfach weggerutscht, keine Ahnung. Irgendwie geht's heute mit dem Bike nicht so. Ja. Das ist das selbe Bike wie sonst immer, aber irgendwie. Wo ist es denn hin? Ich bin einfach weggerutscht, ich bin einfach weggerutscht. Das Setting gescheit gefahren, kriegst. Das war ein Spaß. Ich bin total aufgeregt. Mit Bewegungssteuerung! Ich bin einfach mal mit Bewegungssteuerung, man redet gegeneinander fahren mit den PCs. Oh Gott. Das ist sicher lustig. Mit dem großen Gamepad, ey. Mhm. Ich sehe immer links unten da den Tisch, den kleinen Bildschirm, der da auch einfach mit abspielt, ey. Ist voll die Energieverschwendung. Ja. Auf jeden Fall. Er liegt bei mir auch noch rechts, der Bett glaubt, irgendwann meckert er bestimmt gleich Batterie ist leer. Du musst das Ding wieder anschließen. Du hast voll die Akku ausgewubbelei. Aha. Dann kannst du dich mal einen Satz kaufen. Ja. Dann. Jetzt. Nice. Boah, die gehen mir vorbei gehen. Was soll der? Shit. Alter, eigentlich habe ich mich voll rausgedrängelt. Also, dem Moment, in dem ich mein Schutzschild aufgebe. Boah. Alter. Alter. Ich war ein bisschen laut, der vor dir war. Wurde rumgereicht gerade. Oh Gott. Ich wusste nicht, dass er sofort einsetzt. Ich dachte, ich könnte den benutzen. Alter, wurde ich rumgereicht, ey. Platz L. Was? Ja, komm. Ich gehe drauf. Auf einmal wird es blau und es kommt ein Blitz. Oh, das war krank. Ich bin eigentlich nur aus Versehen daneben. Und in dem Moment. Oh Gott, bitte. Ja. Und ich bin runtergefallen, habe mir noch Leute gewonnen. gehört troopers und platziert immer von ganz hin mach ich an eben auch überhaupt nein ich bin dann dem gefühl ich bin ich bin auch da unter geschubst worden bin mir heute durch diese mich gar nicht Jetzt auch gleich auf, nach dem Rennen, als ich leufte Und jetzt auch Oh Gott Komm bitte, bitte, bitte Ja, komm, ich konnte, wo soll ich denn hin, wenn da Und ich krieg dauernd diese scheiß Blitze ab, ey Ich hatte da ein bisschen Glück Puh, knapp Ich habe überhaupt keine Münzen, ich bin voll langsam Ich werde ja mit jedem scheiß getroffen, ich verliere sie instant wieder, weißt Oh Gott, der hat einen roten Cooper, der hat einen roten Cooper hinter sich Er hat sich wahnsinnig und überhol den Ey, der erste hat einen roten Cooper, ey, wie soll ich den denn jetzt überholen Du musst aber, den kriegst du aber eigentlich als erster nicht Ja, ja, weißt du wo, anscheinend erster geworden, ich weiß es nicht Ja, jetzt werde Und ich bin ihm hinten reingefahren Hammer geil Jetzt habe ich einen roten Cooper Krieg der Franzose, ne, hat der Franzose nicht abbekommen Oh, ich krieg nur einen hinten reingedrückt Oh Mann, auf der letzten Sekunden Oh, das ist wieder so bitter, das ist wieder so bitter Siebter So bitter Ich hab noch vierter geschafft So bitter Ich bin irgendwie noch an allen vorbeigedießt mit drei, äh, vier Pilzen So bitter Oh, ich glaub ich, lass jetzt aber sein, ey Alles tut weh Ich hab jetzt auch hier irgendwie eineinhalb Stunden oder zwei Stunden gezockt oder so Ja, war auf jeden Fall ne gute Runde, ey Oh Mann War auch ein bisschen was Gutes zum Aufnehmen, so bei Smash Bros. System ist die eine Runde da Ja, da waren ein paar gute Sachen dabei, auf jeden Fall Du-du-du-du